Du liebst schnelle und einfache Rezepte, für die man nicht tausend Pfannen und Töpfe braucht? Dann solltest du mal unsere Ofen Spaghetti mit Lachs probieren. Dafür treffen sich Spaghetti, Lachs, Frischkäse, Sahne und Gemüsebrühe ganz unkompliziert in einer Auflaufform. Vorkochen ist ganz und gar nicht nötig. Probier's mal aus, ich bin ganz gespannt, was du sagst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017